Willkommen bei DWS Online. Mein Name ist Pavel Busch. Ich bin Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei der Kanzlei Rittershaus im Bereich Vermögende Privatpersonen und Nachfolgeplanung. Haben Sie schon von der Güterstandsschaukel gehört? Das ist eine sehr spannende Gestaltung und wir bieten dazu einen Vortrag an. Wir schauen uns dort diese sehr in der Praxis verbreitete Gestaltung aus familienrechtlicher und steuerlicher Sicht genauer an. Ich erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie diese Schaukel funktioniert, mit welchen Risiken sie verbunden ist, wie man sie am besten in der Praxis umsetzt und vor allem, in welchen Fällen sie in Frage kommt, damit Sie in Ihrer Beratungspraxis davon profitieren und Ihren Mandanten anbieten können. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Vortrag buchen und wenn wir uns sehen würden. Bleiben Sie auf jeden Fall gesund und vielleicht bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank.